Hallo liebe Filmfreunde, wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr 2017! Prost! Haben wir es getrinkt? Also gut, Ecks und Hop! Ecks und Hop! Ja also, so viel ist aber die Songehalt! Ihr wisst, wir trinken ja keinen Sekt, aber zu Silvester trinken wir ein Gläschen Sekt! Ein Sektchen! Ein Sektchen! Ecks noch okay? Nein, Ecks und Hop noch nicht! Das ist irre! Nein, danke! Ich bin ein Fonimischlückchen! Kann ich helfen? Nein! Passt schon! Ja liebe Filmfreunde! Ja, das sieht ja auch zu der Vollzeit bei mir! Wie kann das wirken in 30 Sekunden? Zeigt sie schon zu Kopf? Ich habe natürlich gegessen! Ja liebe Filmfreunde, also wie gesagt, wir alle sieben wünschen euch ein gesundes neues Jahr! Wir haben natürlich auch Karne Ruschel da gleich an! Hast du mir jetzt mitgezählt? Ja pass auf! Karne Ruschel! Oh! Großes neues Jahr! Karne Rudi! Großes neues Jahr! Katze Manni! Die kleine Ember wünscht euch auch ein gesundes neues Jahr! Oh! Großes neues Jahr! Liegt schon tief im Bett! Und die wird heuer schon drei Jahre alt! Oh Wahnsinn! Wir werden langsam wirklich alt! Und natürlich auch unser guter Zombie-Bieber wünscht euch auch ein gesundes neues Jahr! Und natürlich auch wir beide! Deswegen sind wir auch sieben Leute! Ja! Und ich auch! Es tut mir leid, dass ich gerade so gestiert habe! Aber ich bin gerade komplett! Ja! Den haben wir auch nicht bekommen von uns! Wenn wir schlafen! Aber bewirkt das Gegenteil! 2016 ist vorbei! Wuhuuu! Wahnsinn! Das ging so schnell vorbei! Turbulentes Jahr! Turbulentes Jahr! Klar! Auch viele Tote an Schauspielern sind gestorben! Nicht nur an Schauspielern leider! Ja! Musiker! Aber nächstes Jahr mal kommen wir aus dieses... Nein! Mehr global! Aber ich glaube das kommt... Also das ist jetzt aber irrelevant! Auf so ein Thema gehen wir gar nicht! Wir wollen bloß die Schauspieler wissen! Selbstverständlich! Film-Junkies! Eben Film-Junkies! Ich verstehe! Wie konnte ich nur? Ich habe aber klar bisher nicht gesetzt! Ja! Den normalen Menschen ist da kein Mensch! Hahaha! Nein! Quatsch! Ja natürlich! Und auch bei uns war es auch ein bisschen turbulent! Das letzte Vierteljahr noch bei uns dann! Mit meinen Problemen! Auf die ich dann irgendwann mal 2017 mal zugreifen werde! Und ich darüber auch berichten werde! Warum das so alles ist! Und ich denke mal so wie wir jetzt weitermachen! Auf wie ich zumindest weiter mit meinem Kanal! Du bist ja bloß unser... Mein Maskottchen! Ich wollte gerade sagen! Das ist doch er! Willst du mich jetzt mit ihm vergleichen? Ja! Du bist genauso auf dem Video wie er! Hm? Wer ist Süße? Die Ähnlichkeit ist ja verblüffend! Vor allem mit der Nage auf der Nase! Ich habe keine! Noch nicht! Noch nicht! Wenn du weitermachst! Ja wie spinn! Pah! Ich gehe gleich raus aus dem Video! Oh Gott! Es tickt wirklich schon! Geht gar nicht! Auf jeden Fall seid gespannt was 2017 alles kommen wird! Wieder von mir! Also wie gesagt! Ich werde genauso weitermachen wie die letzten 2 Monate jetzt! Und eben nicht mehr so viele Videos machen! Immer wenn ich Lust und lauter dazu habe! Und ich denke mal so läuft es auch ganz gut! Kommentieren läuft auch ganz gut bisher! Und von daher müsste es eigentlich auch 2017 weitergehen! Ich mache mir jetzt keinen Stress mehr an Videos! Und wenn ich keine Lust habe dann habe ich auch keine Lust! Hat er echt? Und so ist auch das am besten für uns alle! Und jeder hat trotzdem seinen Spaß! Und der Karte ist ja völlig am Durchdrehen! Wir sind die Kracher die auch explodieren keine Ahnung! Und in seinem Kopf explodieren die Kracher! Kann auch sein! Ja der hat nicht mal alle Schrauben in der Schuhe! Liebe Filmfreunde! Ich glaube der Sekt ist eben wirklich zu Kopf gestiegen! Weil das war zwar lustig aber so lustig auch wieder nett! Schrauben in der Schüssel! Das heißt doch! Was in dem Schrank! Ich weiß aber! Ich habe gedacht zu ihm passt Schrauben in der Schüssel! Besser! Schau ihn dir halt an! Der spielt! Jetzt hat er auch einen Christbaum! Wie das Maria Kind! Oh man! Wie das Maria Kind! Der Jesus! Mein Gott! Christkind! Also gut liebe Filmfreunde! Ihr seht schon! Wir haben mit uns ganz viel Spaß noch! Und euch allen noch eine schöne Feier noch von Silvester! Und auch mal ein gesundes neues Jahr für uns allen! Ja! Und von daher verabschieden wir uns erstmal jetzt! Und gehen jetzt mit euch mal ins Bettchen! Und machen dir leider ein bisschen Spaß noch! Ich dachte wir wollen auch die Knaller anschauen vorher! Nicht nur die in Wuschelskopf! Achso! Ja! Aber die Knaller! Ich knall lieber selbst! Na dann knall mal mit dir selbst! Nein! Nicht nur mit dir! Ja ne! Das darf ich nicht wenn du zu weit bis offen bist! Dann knall es gar nicht mehr! Höchstens auf dem Klo! Ich mach jetzt nicht so! Also so bin ich auch nett! Ach komm ich helf dir! Nein! Gott! Also liebe Filmfreunde! Ich glaube er sagt heute besser nichts mehr! Doch! Einen war es noch! Haben wir gesagt! Doch! Ein frohes und gesundes neues Jahr! Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017! Alles gut? Ja! Alles gut! Tschüss! Peace! 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 Peace!